ja liebe leute herzlich willkommen zurück zu mafia 3 wir sind wieder am start mit unseren freunden linken ich habe mir überlegt dass wir irgendwann die bäckerei wieder eröffnen sollten könnte gut für das viertel sein da muss ich mich so schubsen ja genau eventuell können wir die mal wieder öffnen ja das wäre eine gute idee so diese fleischfabrik oder was auch immer das hier ist haben wir das ist die bäckerei sieht so aus sieht der bäckerei aus gut was machen wir heute wird damals in ihr schönes was haben wir denn hier schönes was haben wir denn nicht donnerwin hat information über alberis doch immer noch eine information also ist jetzt sonst haben wir glaube ich nichts mehr dann haben wir da rede mit donnerin über alberes rette alberes das machen wir doch glatt gerne ich brauche einfach eine tür aber weil so zumindest hier raus gekommen und jetzt brauche ich ein auto da steht doch alles so dann fahren wir mal die 1,8 noch 9 kilometer oder was auch immer und dann wollen wir mal ein kollekt hat die cops jetzt ehrlich gesagt aber gut dass wir hier da kommen ist oder die läge noch ein paper ist aber wie gesagt ich werde die nicht explizit alle alle suchen jetzt unsere verbündeten hat zumindest davon wird nicht die roten sind immer feinde ja was haben wir denn heute zu tun ich habe doch keine ahnung was ehrlich bin ich habe noch keine ahnung schau mal einfach mal da muss noch ein kopfwagen stehen oder der geht jetzt hier die nieren das ist immer gut das heißt ich kann wieder gas geben sieht jetzt eigentlich mittlerweile mit der abschlussliste aus wie weit sind wir da mittlerweile immer noch immer noch bei 4 immer noch bei 4 alles an unserer der dritte wir sind schon da das ging jetzt verdammt schnell wir sind ja auch so genau dann gehen wir mal da hin wir sollten wir dann mit überall war es redet wenn man mit ja sport machen und rauchen gut jetzt ja 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 wir haben So, die Suite in Mexiko, wir sind zum Leuchtturm. Ich sehe nämlich gerade was mit Exodos, da müssen wir nämlich auch zum Leuchtturm. So Klinik haben wir denn überhaupt oder wie weit haben wir es überhaupt? Ja, da beginnt das heute wieder mal eine Runde. In diesem Fall ist es heute mal wieder eine Runde Autofahren. Aber was machen wir nicht dafür, um unseren Kollegen zu retten? Wenn ich immer hier bin. Ich denke ich doch. So, das war doch mal gut. So, drei von vier in der Höhe, hallo. Okay, haben wir mitgenommen. Sorry, ich brauchte das, wollte das haben. Eine Gleiste brauche ich nicht. Ach, das ist ein Bild, ne? Ja, ja, ist ja gut. Macht ja keinen Stress, Mann. Ja, hier muss man lang, okay. Das ist der richtige Weg. Ja, wei, jei, 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 jei. Ich bin gespannt, wie es weitergeht auf jeden Fall. Ich freue mich, bin ich wieder auf diese Saison. Das ist mal ganz cool. Dafür macht es schon noch eine Runde. So, das hört er mich, ich muss noch mehr auf heute gehen. Ein altes GTA-Teil, so müssen wir von der Story her. Zip, 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 wissen wir hier nämlich die Leute eliminieren. Moment, da muss man lang. Aber haben immer noch, also immer sieben Kilometer vor uns. Also heute viel Fahrerei. Da kommt das entgegen. Entschuldigung. Liebe Kinder, macht das... Kinder. Liebe Leute, macht das natürlich nicht nach. Egal, wie ich hier fahre. Haltet bitte euch im offiziellen Straßenverkehr an die Regeln. In dem Spiel ist es egal. Hier ist es sowas von dumper. So. Aber bald sind wir schon da. Also wir sind noch 1,1 Kilometer. Wir haben noch ein bisschen zu fahren. Bin ich hier vor allen Dingen, ja? Das ist wie mit einem einfach... Ne, mit so ein komisches Industrieviertel. Guck mal, wir haben ja 6 Dinger, ne? Das heißt, wir bauen hier... Wenn wir schon mal hier sind... W.E. mit dem Playboy-Heft. So, wir haben noch ein Easy-Treffen. Ich hatte meine Chance, war viel Luft. So, ach, wir haben da... Und ich hatte das Flugblatt für die Grundgebung des Southern Union in der Hand und allen. Hätte sie einfach fragen sollen, aber ich hab gekniffen. Verdammt ne Scheiße. So, 800 Meter, ne? Das ist hier vorne. Okay, das geht ja. Ich mach den Apfelpunkt eben gerade hier noch schnell fertig. Guck mal, wo ist denn der? Hier ist der hinten, ne? Ja, da oben ist er. Na, jetzt. Na, der ist schwieriger. Aber der Tür ging's ihm einfacher. Jetzt. Hab ich schon offen. So, bauen wir jetzt eine Sicherung ein. Wir verkaufen nur an Weißel, boy. Erlei für den Spruch. Und du gehst genau so dazu. Erlei für den dummen Spruch. Hast du das nicht anders verdient? Äh, wo ist hier die Kranken-Sicherung? Hier hinten. Okay. Puls. Äh, ja. Mal mit. 47.000 Dollar haben wir auf der Hand mittlerweile. Und was machen wir hier? Da war auch jetzt was drin, ne? Äh, und das haben wir gar nichts weiter drinnen, okay? Ich dachte, wer ist schön, wird noch Kohle drin gewesen. Aber scheinbar ist da nicht drin. So, wir machen's mal auf, gehen mal weg. Und dann begeben wir uns zum Meuchtturm. Und dann begeben wir uns zum Meuchtturm. Und dann begeben wir uns zum Meuchtturm. Huh? so die frage ist noch kommen wir helfen und helfen helfen beziehungsweise bei uns auf dieses ziel im bayou ansetzen nicht weiter reden bin schon unterwegs auf geht's ich weiß noch nichts so freundlich ja dann sind wir aber das ist mit dankeschön so die räumen einmal ganz kurz auf kugelsicher nun abschütze hat bis zum nächsten mal freundlich so gehen wir doch schon so 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 nächsten Folge.